Oh nein, es brennt, es brennt. Oder auch nicht. Ja, da sind Eimer, aus denen es raucht. Das ist sowas wie Weihrauch. Ich glaube, die verbrennen da ziemlich harziges Holz. Und ja, damit wollen sie die Moskitos aus diesem schönen Restaurant fernhalten. Das ist echt eine gute Idee. Riecht ziemlich so wie in der Kirche. Also ich denke mal, das ist irgendein Weihrauch, Harz, Zeug. Ja, und bei so vielen Moskitos hier, wenn man im Fluss ist, gibt es natürlich viele Moskitos und die sind dann weg. Ja, wir sind hier in einem schönen, schönen Restaurant. Und ja, da hinten braucht es auch schon. Abonniert den Kanal für noch mehr Videos aus Mexico.